Das sind wir wieder, meine Freunde, bei The Last Story. Und ich konnte einen Diamanten kaufen, dann bin ich wirklich glücklich. Freue ich nämlich für die Nebenquests. Und die sind relativ selten hier. So, die Reptidenöle haben wir jetzt mal abgeschlossen. Ihr seht hier das, was ich meinte. Die Schwierigkeit 5 Kästchen. So, das sollte der Unterschlupf der Diebe mit nur einem Kästchen ja ein regelrechter Klack sein. Wir bekommen erneut 4. Nehmen wir noch diese 4. Und dann reißen wir dadurch direkt hin. Ähm, relativ, ja, nach der Reihenfolge, wie es auch in der normalen Story vorkam. Gucken wir uns das einfach mal an. Wobei hier ja kein, also hier hat es eigentlich keinen Unterschied zwischen normalen Spielen und nur Game Plus Mode. Soll ich gleich dazu sagen. Der Unterschied, also die Sache ist ja, sie passen sich immer dem aktuellen Level an. Und wenn das aktuelle Level durch nur Game Plus Modus halt hoch ist, ist es dementsprechend auch angepasst. So, der war erledigt. Kein Problem. Und, ja. Dann hier nach unten. Natürlich, hier ist die Story. Elemente fallen weg. Ich nehme mal an, man wird, äh, Soran hier auch nicht treffen, sondern einfach nur irgendwelche Rüffel, die sie prügeln wollen. Ja, genauso ist es mehr oder weniger. Und Rüffel, die Blocken wollen. Schön. Genau deswegen habe ich hier wirklich dabei. Komm, komm. Gehen. Tschüss. So, ist hier noch irgendeine Nervensäge? Ne. Okay, wir können dann gleich direkt runter. Allerdings wollen wir mal noch nicht zu voll sind. Okay, Agilität plus 5. Diese items sind immer gut, dass sie den Status hat wirklich permanent verbessern. Ich habe es mir, also ich habe mal, als ich sowas bekommen habe, man hat es mir wirklich nachgeschaut. Und es ist tatsächlich so, man bekommt dies permanent. Eine permanente Statusverbesserung. Und das finde ich super, dass was dieses Spiel gemacht hat, dass sie den Mut gehabt haben. Eine wirklich permanente Statusverbesserung einfach so als Items zu schenken. Da da vielen mehr oder weniger irgendwie der Mut zu fehlen scheint, das gefällt mir schon. Das ist ja gut. So, eine weitere goldene Truhe befindet sich hier. Mit Gnom Gold. Da wird das natürlich viel supportet. Man kann übrigens jetzt auch im Ausrüstungsladen Gnom Kupfer und Gnom Silber kaufen. Um eben, ja, falls man noch nicht genug hatte, die Rüstungen aufzuverbessern, weil man das eigentlich nicht mehr findet. Man befindet nur noch Gnom Gold. So, hinunterspringen. Um letztendlich auch wirklich eine Rüstung voll machen zu können. Wobei es im normalen Modus ja nur mit, äh, bis plus neun geht, egal mit welchen. Für jede Rüst, oder für fast jede Rüstung braucht man da ausschließlich Gnom Gold. Bei der Tran-Rüstung braucht man Gnom Gold und Reißzahn eines Drachen. Äh, für die letzten drei, also von sieben plus sieben an. Für die Ritterrüstung braucht man zum Beispiel antike Legierung. Für Kallister's Brawl Club brauchen wir nochmal ganz spezielle Sachen, aber das waren jetzt aber die Ausnahmen. Und, ja. Genau, danach geht es halt eigentlich plus, bis plus neunneunzig weiter. So, äh, danach findet man die sogenannten Splitter des Fremden im New Game Plus Modus. Und wenn man diese Splitter des Fremden findet, wird damit die Rüstung verbessert. Also, oder, oder auch jede Waffe, auf jeden Fall, wenn sie ihr Limit erreicht, dann kann sie dann hinterher bis plus neunneunzig aufgebessert werden. Allerdings hat man meistens vorher schon seinen Wert maximiert. Bei mir, zum Beispiel, mit einer Waffe, die ich habe, plus neunneunzig, ähm, ist sie nicht, aber mein Angriff ist vorerst neunneunneunzig. Damit hat es relativ wenig Sinn. Und, ey, ich wollte die Truhe öffnen für der Magier. Kommt genau seh. Bäm! Hab ich es vermichtet. Und der roter Vulkan zu sein. Vielleicht finde ich ja noch genug Farben, sag ich mal, damit ich mir auch die ganzen Farben holen kann. Da bin ich ja dann noch hinten dran. Ein wenig. Aber gut. Sehen wir dann alles noch. Ist jetzt auch nicht das Allerwichtigste in diesem Spiel. Okay, die Truhe. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die schon offen wäre, wenn ich sie übersehen hätte, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wenn ich die Truhe, eine normale Truhe übersehen hätte, könnte ich sie tatsächlich wiederholen. 101. Ich sehe, dieser Typ ist komplett krank. Ähm. Und ja. Jetzt muss ich einfach irgendwie versuchen, den zu bekämpfen. Super, so. Wenn er es hat aufgeräumt. Halleluja. 71 Level über mir. 72 Level. Das muss er sich auch auf der Zwitser gehen lassen. So. Hier sind nur normale Truhen. Okay. Und hier weiter. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch sich noch daran erinnern. Das ZP läuft ja jetzt wirklich schon sehr, sehr lange. Umso mehr freut mich, falls ein paar Treu-Abonnenten sich noch daran erinnern können. Oder Leute, die es scherz kürzlich gesehen haben. In der Gegend die 100er-Army. Bam. Ah gut. Moment. Erstmal den Heikreis und den aufwirbeln. Dann auf die mit dem roten Pfeil überm Kopf ist endlich die Magier. Und weg. Ja, das muss man so nicht finden. Das wird ein bisschen besser. Ein guter Achtung von Gold ist sehr nice. Aber ob man jetzt noch Tarnbeinschuhe braucht, ich weiß nicht. Egal. Und um Gold oder Dach und Fach. Und weiter geht's. Ist ja mein Speziales. Das ist übrigens immer noch nicht voll aufgefüllt. Ich frage mich, warum? Weil die ja nicht am meisten zustickt von allen. So, hier ist der Ogre. Das mache ich so unspektakulär. Und, ähm, ja. Uncool wie es sein will. Das ist mir egal. Aber gegen Ogre 1 gegen 1 ist es ziemlich in jedem Spiel ein absolut krankes Unterfangen. Und da ist auch dieses keine Ausnahme. In Risen kassiert man auch ziemlich gegen Ogre. Und deswegen sichere ich mich hier einfach ab. Und Feuer stattdessen lieber unglaublich viele Kai-Blässe. Und jetzt seht der Typ, ist immer noch nicht tot. Also, und ich weiß nicht, das ist halt kritische Treffer. Das soll noch dazu gemerkt sein. Und er ist immer noch nicht tot. Und immer noch nicht. Und, ja. Ich glaube, wir werden hier noch eine Weile stehen. Aber das gibt euch einfach, ja. Die Idee, wie krank dieses Weg ist. Der ist ein Eisschwäche. Eis habe ich jetzt nicht. Oh Gott, ey. Ich bin einfach mal aufzuhören, ob es funktioniert. Junge? Okay. Wisst ihr was? Ich guck mal. Ob es scheiße. Ja, mei. Ich hab 2000 Pfeile auf den Eingeschossen. Wie viel soll ich noch schießen? Ich mein, ist der Oga ja... Was? Der lebt? Ey, der Typ ist sowas von geistesgestört. Das gibt's gar nicht. Ne. Du. Schwing deine Keule da vorne allein weiter. Ich hab damit nichts mehr zu tun. Du gehst sterben. Und, ja. Weiter geht's. Interessant. Hä? Ach so, ich bin über die Leiste. Ja, cool. Hat der absolut krass wie verloren. Dafür erst sogar tatsächlich was vom Sterben. Aber halt auch erst nach 100 Pfeilen und so. Halleluja. Ich muss doch groß, ich weiß nicht, wenn ich da irgendwas bekomme. Besser, kannst du aber... Hast du mich grad angerempelt? Puh. Okay, der ist weg. Jetzt haben wir hier nur noch kleine süße Reptiden. Die werden wohl kaum nur Nerven, weil sie gefährlich werden. Ne. Okay. Hier weiter. Und Achtung, nicht diese Kiste übersehen, wo sie immer in den Resten eines Drachen oder eine Drachenhaut drin befindet. Ähnlich wie die Kiste in der Villa. Das ist auch ein Terrakor, der wieder mal einfach nur kraftstark ist. Die Taktik kennen wir ja schon. Hier oben, dann das hier. Dann wird er hier eingefrageteilt. Das habe ich einfach keinen Comment-Mode. Das ist blöde. Aber ich versuche jetzt einfach hier ein bisschen Elementschaden zu machen. Nächstes Mal werde ich dann danach mit meinen Spezialangriffen um mich hauen. Die ich immer noch nicht aufgefüllt sind, aber jetzt gleich. Ja. So. Gut. Beschleunigen. SSS. Wichtig. Gut, Schattenstich. Mach mal. Und Meteor. Ja. Bin ich auf jeden Fall für. Leider kann ich jetzt keine verborgene Barriere machen. Das wäre gut gewesen. Und dann hätte sich meine Technikleiste gleich wieder gefüllt. Das wäre deswegen echt gut gewesen. Aber ja. Kann man jetzt nichts machen. Das muss ich bis jetzt warten. Und dann kann ich Sai Wen auch beschleunigen, ermöglichen. Das macht das Ganze hier richtig. Jetzt kommt Sai Wen auch. Bäm. Oah. Der leidet, der Typ. Scheiße. Das ist Gold her. Das würde ich jetzt echt ungeschickt, wenn ich jetzt Geschleunigen jetzt drin habe. Aber gut. Ich muss es irgendwann reintun. Und immerhin Sai Wen hat es auch. Und ich glaube, es könnten wir es schaffen in dieser Runde. Oder? Reicht es? Reicht es? Yes. Und wir sind Max für die nervigen Gegner. Und wow. Wow. Zweck da Sai Wen. Wow. Lag attack. Ich frage mich ja. Die Wii U hat da einen deutlich stärkeren CPU. Hat da deutlich. Hat da richtig große CPU. Ob es damit weniger laggen würde. Ähm. Es ist ja für die Wii ausgeliefert. Aber sollte man das auf der Wii U spielen? Ob es dann tatsächlich weniger laggen würde. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und ich denke, ich werde es ausprobieren, soweit die Wii U draußen ist. So. Erstmal Genival plus 1 roter Vulkanstein. Gnomen Gold. Und zu guter Letzt haben wir Gnomen. Weitere zwei Gnomen Gold. Kann man mit zufrieden sein. Und ja. Hat ganz gut geklappt. Also. Nur ein Stern Schwierigkeit. Aber. Ja. War jetzt auch nicht so der Hammer. Der Uga war natürlich krank. Aber ansonsten. Ja. Hat das schon gepasst. Okay. Leute. Ah. Ähm. Sollt euch dieser Part von The Last Story gefallen haben, dann Daumen hoch. Wenn ich Daumen runter würde, dann hätte ich eben schon einen netten Kommentar da in Faro. Bis. Dann beim nächsten Part.